Meine große Bärin, ich bin immer an deiner Seite, wenn ich kann. Ich bin deine Hilfe für den Hinkel, für das Dovray rechtem Stande, das über der Zeit sich weiter dreht. Vier Steinmetzen haben schon mit mir ein Geschäft gemacht oder eine bildende Kunst so verändert, dass ich ein Wort mit habe dürfen reden zur Welterhaltung gegenüber der Weltvernichtung. Unsere Opfer werden nie vergessen sein. Im Hause Lucifer, im Hause Seed Herminius des Kerusca, ich liebe dich. Ich werde immer für dich versuchen da zu sein. Und es ist nie verziehen. Oder wir verzeihen und sagen, es wird nie vergessen. Und gehen von heute ab einen neuen Staat. So, jetzt schaue ich den Papst. Wisst ihr, ich habe meine Königin aus Ägypten gesehen. Jetzt schauen wir mal, was wir das Beste daraus machen. Ich habe mal einen Namen gemacht. Walle, Walle, Holz, Walle, Punkt, Grecker, Punkt, Info. Holz, Walle, Punkt, Grecker, Punkt, Info. Ich sage es dir. Ich bin wieder wer. Durch die Reinkarnationsgeschichte. Die singen Walle, 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 Walle. Und die Kinder, die singen Ra, la, 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 la. Und das habe ich immer geschungen. Wenn die mich schmälern wollten. Weil das Triang ist wieder da. Ist wieder da. Das Zeichen ist wieder da. Das verlorene Symbol von Dan Brown. Die Handscheiben sind von mir. Für die Hand. Zum besseren Glauben. An die Sache. Oder Ich kenne den heiligen weiblichen Geist. Es gibt den weiblichen und den männlichen heiligen Geist. Und dann noch Millionen Gründergeister. Es kommt mal zu klar mit eurem Glauben. Das ist unglaublich. Was für Möglichkeiten wir haben. Und nehmt es mir halt nicht krumm, dass ich immer Engel Luzifer war. Es gab keinen Abfall von Gott. Glaubt denen nicht. Glaubt nicht denen, die schwarz zu weiß machen. Die böse zu gut und die sauer zu süß machen. Ich bin in der Materie als Luzifer. Damit die Engel Linnen von Teufeln nicht gemacht werden. Das ist meine Aufgabe, das auch mal auszusagen laut. Also nochmal. Meine Oberbärin. Ich bin immer an deiner Seite, wenn ich kann. Ich liebe dich für die Ewigkeit. Du bist einfach das Nonplusultra. Ich liebe dich. Entschuldigung, Frau, die aus Bayern. Entschuldigung, Gefährtin. Ja, ich kann schon wieder ein bisschen mich freuen. Und machen wir das Beste draus. Der Corona ist das Letzte, was die noch versuchen, die Bösartigen. Der Corona-Virus ist das Letzte, was die auf der Welt noch Böse hinterlassen wollten. Aber das ist die letzte Windung, die wir überwinden werden für die Ewigkeit. Bis dann. Exzellentem Gruße.